Sauscheiß Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 2v2 Yatrix und ich werden hier ein genehmiges geduldiges 3-0 ausholen Und wir wünschen euch viel Spaß auf unserem Video Ladung liegt hier? Ja ist weg Das hab ich auch noch gesehen, war er hier, war Mr.Watman? Hm Warum sagst du nicht, dass der im Würgegriff ist? Achso, weil er eh tot ist Ja Gift Ja besser ist das Na sie juckt, warte mal hin Oh fuck Ich snipe ihn Knapp Headshot Von der Map geschmissen wurden Bartex tot Gut Der andere auch Der andere von der Map gesprungen Ne, nur so getan Von der Map gesprungen? Richtig Neuer Spin In der Schlacht von der Map gesprungen Ja, ich mach Aiden, mach du es selber Hm Ich mach Grill Ja, äh, Grillzeug Das kannst du als YouTube Short hochladen auch eigentlich Ja, 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 das ist YouTube Short, YouTube Short Ist schon klar Ja, ist schon klar Ich mach das Neuer Ich mach das Ja, aber ich mach das Auch den Und ich mach das latina backen hier zeigen die sind die ganze ich komme nicht mehr durch die türen hier gelaufen 61 spieler beschädigt 61 spieler sind im off tot tot das war im gehen und ich habe auch keine ausdauer mehr okay ich habe noch nie gekämpft in diesen gang ja ich bin von der map geflogen also flug ist wirklich ja ich komme da nicht auf diese fahrt der eis scheiße hoch alles gut aufgeteilt voll idioten ich habe den an solo wie sie ja luke ist hier geblocks beim dem schnell alles gut der andere ist auch tot so 3 0 jetzt auch gleich direkt was war und und kyle oder ja aber sagst du oder kai oder fast war und baby nun oder boss bobo meine ich nicht proba oder palpatine ne kyle ist schon gut glaube ich genau let's go bisschen sequel auf in den chat bitte also wenn das kommt dann werden die kommentare deaktiviert ich gehe mal hier hinten rum da waren so rum geht ja er kommt er bewegt sich langsam in deine richtung ja ich pull ich pull denks gepaul gestand ja er hat ein bisschen damage pass aber auf ruide steht hier unten zack gestand und zack hä einer b jagt den druiden hoch ne ich habe kurz angekillt ha 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 komm her ich hole mir den ja der damage von fast mal wenn du wirklich alles triffst ne boah er ist schon brutal 3 0 wie angekündigt ne so das wars mit dem youtube short ich hoffe es hat euch gefallen tschau ha 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 auch w